TV-ÜBRIGINAL Viele Grüße von Ihrer Metzgerei Kudera. TV-ÜBRIGINAL hat jetzt über die Schulter geschaut und festgestellt, alles handgemacht, alles selbst gemacht, ganz toll. Dass wir auf jeden Fall unsere Wurstwaren und Fleischprodukte selbst herstellen. Wie die Grillsache, Bürospfanne, Rinderpfanne, Kude geschnetzeltes oder so Kasserspieß, dass wir das handgemacht, selbst machen. Und Maultasche und was ich noch alles gefilmt habe. Genau, die Maultaschen, die Krautmittel oder wie die frischen Salate, Fleischsalat, dann so ein Ananas-Salami, Schinkensalat, Eiersalat, dann Kosakensalat machen wir selbst, Kartoffelsalat oder die leckeren russischen Eier, wo gut im Sommer sind, wenn man was Erfrischendes essen will. Gefilmt haben wir, wie Hackbraten hergestellt wird, wie die Fleischwurst gemacht wird. Genau, das machen wir ja alles selbst. Der Chef macht ja auch alles selbst drüben. Und das schmeckt man auch einfach. Da freuen wir uns, dass es alle Kunden, die zahlreichen, die wir bis jetzt haben, schmeckt. Es kommt immer alles gut an, auch der Partyservice. Da ist auch einiges zu tun, immer am Wochenende. Das passt bis jetzt immer alles. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn noch mehr zahlreiche Kunden vorbeikommen. Das passt. Macht weiter so. Es ist ganz lecker bei euch. Vielen Dank.